Warte doch mal. Weißt du, wer das ist? Das ist Wildcat Hendricks, ein Falschzocker-Profi. Und du machst dir in die Hose und hast nur eine mit, hm? Gib mir ein paar Scheine. Die krieg ich aber wieder, Brüderchen. Ich würde gern mal ein bisschen damit trotzen, dass ich mit Wildcat gespielt bin. Ich schätze das genau mehr als vier Spiele. Die schöne Höherkarte, wenn ich bitte. Ich schätze das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich unterstelle mal schlicht, du hast uns betrogen. Ich behaupte das aber. Der Drink, den du brauchen wirst, der geht auf mich. In your brain. In your brain. In your brain. Dann weißt du, Blei im Magen tut weniger weh, wenn es mit Whisky verbunden ist. Sieh mal an. Gib mal dem Meister mit der schwarzen Krempe einen Doppelten. Dann spürst du gar nichts. Wollt ihr da Wurzeln schlagen? Willst du die Nummer nochmal sehen? Die ist beim ersten Mal ziemlich schwer zu begreifen. Nicht so erlauben. Hast du es jetzt kapiert? Denke bloß nicht, dass das keine Folgen für dich hat. Ja, das denke ich, ja. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. Wir beide rechnen noch ab. Erstaunlich, bist gar nicht so schlecht. Brüderchen macht sich. Wie viel haben wir eigentlich gewonnen? Du meinst, wie viel habe ich gewonnen? Du hast verloren, würde ich sagen. Also gut, einverstanden. Du kannst mein Teil behalten. Du kannst mein Teil behalten. Vielen Dank.